So meine Freunde und willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Wir sind wie es aussieht endlich angekommen beim Riesengletscher mithilfe des Magna Portals. Ich bin gespannt. Sind wir jetzt im Freien? Wow, um uns herum ist ja nur Eis. Ein Berg? Ich kann einen Berg sehen. Wo? Der Mount Everest? Tatsache! Das vor uns, das muss der Riesengletscher sein. Und hinter ihm ist ein großer Berg. Das ist auch ein Berg aus Eis, oder? Ganz genau. Ein Berg aus Eis. Endlich, das muss er sein. Das dort, der mysteriöse Berg aus der Legende. Der mysteriöse Berg? Ganz genau. Und wenn das der mysteriöse Berg ist, dann finden wir auch den Riesenkristall da drin. Leute, seht doch nur. Gletscherspalten. Die vielen Gletscherspalten. Und vor uns liegt der Berg. Nach Tara. Wie vorausberechnet haben wir es tatsächlich über die Spalten geschafft. Über die riesigen Gletscherspalten. Ja, wir haben es geschafft, Sianna. Ja, nach Tara. Und es hat sich gelohnt. Doch unsere Reise hat erst begonnen. Stimmt. Ach ja, wisst ihr warum der mysteriöse Berg genannt wird? Weil man sagt, dort drüben würden allerlei mysteriöse Dinge vor sich gehen. Genau das weiß man niemand. Aber vielleicht geht es dabei ja um Dinge, die in der Luft schweben. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass sich der Riesenkristall, der Dinge schweben lässt, dort befindet. Das wäre ja der Hammer. Und zu diesem Schluss kommt ihr aufgrund eurer jahrelangen Forschung, nicht wahr? Ich wünschte, dem wäre so. Aber in Wahrheit ist alles ein wenig anders. Hey, Sianna. Das ist nicht lustig. Entschuldige bitte. Natürlich haben wir geforscht und auch allerlei Informationen gesammelt. Aber leider haben wir nichts gefunden, das nach Taras Theorie unterstützt. Alles nur Gerüchte und Hörensagen. Äh, was ist das? Hörensagen, okay. Ich kenne das Wort zwar nicht, aber egal. Was wirklich dran ist, weiß niemand. Was? Tja, so ist das. Wir haben keinerlei Beweise. Aber die brauchen wir auch nicht. Gerüchte und Hörensagen. Mir reicht das. Wo bleibt denn sonst Romantik oder Abenteuer? Ja, Romantik weiß ich nicht. Bei einem Fesselspiegel vielleicht. Seht ihr das nicht auch so? Wow. Und ich dachte, du würdest dich nur auf die Forschungsergebnisse konzentrieren. Aber in Wirklichkeit, hast du mehr Sinn für Romantik? Was ist das? Was hat das mit Romantik zu tun? Als wir andere Abenteurer. Ja. Oh, mon cherie. Wir beforschen jetzt eine Riesenglätschere. La franzose Romantica. Weiß ich nicht, was das für einer ist. Da müssen wir uns natürlich ranhalten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Los geht's. Geben wir Freunde. Auf ins Innere. Was uns da drin wohl für Gegner erwarten, das wissen wir nicht. Was uns da drin wohl überhaupt erwarten, weiß auch niemand. Aber was es auch ist, wir schreiten voran. Ja. Okay, es geht gleich los, wie es aussieht. Wir können unser Team wohl wählen. So, meine Freunde, es tut mir wahnsinnig leid für meine Nase. Aber ich habe eine mega Erkältung bzw. ich habe eine Allergie. Und da ist ganz schlecht gerade mit meiner Nase und so. Und es tut mir einfach total leid. Deswegen tut es mir wirklich leid, falls jetzt irgendwie mal pausiert werden muss und ich meine Nase putzen muss. Oder, also das wäre natürlich rausschneiden, aber deswegen, falls mehrere Katze oder sowas drin sind. Oder wenn ich, ähm, ja, mich ein bisschen komisch anhöre. Deswegen, das tut mir wahnsinnig leid, Leute. Aber es ist da mal so. Und deswegen, da ist der Zero auch mal so ein bisschen erkältet. Das passiert einfach mal. So, unsere Ausrüstung ist da. Ich will noch Geld ablegen, eh. So. Super, 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 super. Schreiten voran. Und, Altersteam haben wir eigentlich noch schon, oder? Ja, wir reden hier um Tiana, würde ich sagen, bleiben wir auch bei. Weil, nach Tara will ich jetzt nicht unbedingt. Wir gehen einfach zum Dungeon. Riesengletscher, tatsächlich. E1, wir sind da. Sehr schön. Oh, alles schön eisig hier, ey. Nice, gefällt mir. Die Musik ist jetzt aber nicht so passend, finde ich. Die passt eben überhaupt nicht zum Riesengletscher. Da gab es schon plötzlich kristalligere Melodien damals bei den anderen PMD-Teilen. Die fand ich auch besser damals, also. Bei PMD-Himmel gab es ein geiles Eisgebiet mit einer geilen Melodie auch. Und, ich glaube, Frostberg, so hieß das bei PMD-Rod und Blau, die Melodie fand ich auch nicht schlecht. Deswegen, die fand ich auch besser wie die hier. Aber vielleicht, vielleicht entwickelt sie sich ja noch ein bisschen. Das weiß ich weiter nicht. Okay, und er gibt Spitzengel. Der Ultra-Tutox möchte ins Team. Okay, eine Mülltüte. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gucke mal kurz nach dem Abonnenten, der eine Mülltüte sein will. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Haut rein, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und zwar ist das der gute Galaxy HD geworden. Der hilft mir in den Kommentaren auch zur Zeit sehr viel. Und deswegen war ein dickes Dankeschön an dich. Ich schreibe es immer sehr schöne Kommentare, deswegen. Bis jetzt an Ultra-Tutox, was natürlich gleich wieder zum Paradies geschickt wird. Die Müllabfuhr kommt, nimm den gelben Sack, Mensch. Dankeschön. Deswegen, weg mit der Mülltüte. Nein, kein Hate jetzt an dich, Galaxy. Deswegen, also. Deswegen ist das so aus Spaß gemeint, natürlich. Deswegen, ich hoffe, du verstehst das. Ah, wunderbar. Ja, der Part sollte eigentlich zeitlich auch hochkommen. Aber ich versuche den auf jeden Fall auch am Samstag schon hochzuladen hier. Deswegen, ich nehme das gerade am Freitag auf, weil es sich anders nicht geht. Ich kann es leider nicht am Samstag aufnehmen, weil... Es ist echt krass, ey, weil ich weiß gar nicht, ob Samstag meine Nase so mitmacht. Ja, meine Nase zu teilen sind echt schlimm. Also ich will auch eigentlich gar nichts aufnehmen, aber... Es geht ja nicht anders, ne? Also, wenn ich heute, wann dann? Morgen habe ich überhaupt keine Zeit, deswegen. Und bevor ich gar nichts bekomme, sage ich mal, kriege ich so einen halben verstupften Zero-Part. Naja, verstupft so wirklich, denkt man das glaube ich auch nicht, oder? Fällt das jetzt doll auf meiner Stimme? Eigentlich ein bisschen, weil ich kann nicht so eine Luft holen. Aber sonst eigentlich nicht ganz so schlimm, glaube ich. Was ist das denn? Oh, ein Eisbär! Oh, Patsniv, oh, der ist so... Oh, wie süß! Oh, du bist so süß! Oh, du bist so süß! Oh! Ich packe Patsniv vor, das ist voll... Oh, das ist so knuffig und süß! Oh, Mann! Oh, wie süß! Okay. Äh... Ich habe da einen perfekten Namen, Leute. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und zwar ist das gute Patsniv, äh... Die 44, Pan 44 geworden. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob du, du, äh... Er bist, oder sie, oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie mir gesagt, oder er hat sie mir gesagt, ähm... Dass sie, oder er, auch neben beider Spielen, mitspielen, während ich es spiele. Fand ich ziemlich chillig, die Idee. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, Ja, Sio, du zockst gerade. Wenn du deinen Part hochlädst, dann nehme ich meinen DS in die Hand und zock ein bisschen mit. Deswegen, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich fand, ich hab echt gefeiert, als ich gelesen hab. Deswegen, äh... Schöne Grüße nochmal an dich. Deswegen, ich glaub, er hat das jetzt, glaub ich, gar nicht gelesen, weil... Irgendwie werden alle Kommentare irgendwie von dem grad kommen, an andere Videos vergeben, wo irgendwie... Blutti, Blutti, Part 3 oder sowas... Und guckt sich irgendwie alles nochmal neu an. Deswegen finde ich ziemlich chillig. So, wir sind level up. Ich weiß gar nicht, wer... Ach so, Zero. Alles klar, wer ist denn Zero? Wer ist dieser Zero? Der Typ, der da gold leuchtet, oder... Nein, nicht wirklich Gold. Das ist ja eher so lila, ne? Lila, trendisch, trendisch hier. Deswegen, also... Oh, wieder so ein Petsneef, ey. Oh, das ist so knuffig. Ich mag das Ding voll gerne. Richtig chillig. Okay, äh, wo soll man lang? Hä? Ach da, ach da. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht weiter. Das Spiel hat einfach vergessen, eine Treppe zu generieren. Das heißt, man ist automatisch Game Over. Super Game. Hey, danke. Aber wo geht's hier ganz genau lang? Äh... Hier lang. Irgendwo. Irgendwo muss ich schon was finden, hier. Ah, hier Treppe. Sag ich doch. Irgendwie finde ich die schon. Und es tut mir gerade leid, wenn wir die Streife, Leute. Aber... Irgendwie ist mein Filter, glaube ich, kaputt. Ja, mein Filter ist, glaube ich, irgendwie kaputt. Und es hagelt. Hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Hagel. Es hagelt... Dicke Klumpen Hagelkörner auf uns herunter. Die machen natürlich wieder Schaden, ne? Wie den alten PMDs auch. Ein über Pro, glaube ich, fünf Schritte oder sechs Schritte. Wir können aber zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alle zehn Schritte machten wir einen Schaden. Aber der regeneriert sich auch wieder, glaube ich. Ja, der regeneriert sich. Nicht. Ne, der regeneriert sich nicht. Das ist also der Clou dahinter. Also, ihr seht schon, unsere KP-Leiste füllt sich nicht weiterhin auf. Das heißt, man kann auch durchgehend durch Hagel sterben, wenn man keine Siedelbären dabei hat oder keine Beleber sahen. Und das Schlimme ist, alle kriegen Schaden. Das heißt, jedes Brot kann sterben. Wie funktioniert das dann? Das heißt, du schnell wie möglich am besten den Ausgang finden. Zack. Danke, Veridion. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich muss den ganz schnell finden. Ich habe nämlich keinen Bock, Siedelbären reinzusetzen. Auch nicht. Damn it! Wo ist der Scheißausgang? Schau, wie? Wo ist er? Oh, ich bin schon vorbeigelaufen. Das kann ja auch sein. Ich bin ja so dusselig manchmal. Ach ja, okay. Habe ich gefunden. Sehr nice. Und E5 schon. Okay, spitzig zu. Team Attack ist ready. Sehr schön. Kein Hagel mehr. Okay. Das muss ich bloß noch hier rausfinden, irgendwie. Hallo. Ach, ah, nice. Gleich die Treppe gefunden. So muss das sein. Team Attack ist ready, wie gesagt. Das heißt, ich werde auch gleich einsetzen. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Das tut mir leid, wie gesagt, wir den Cutten, aber es geht einfach nicht anders. Deswegen manchmal über... Was ist... Ah! Ich habe die Fähigkeit Mumia bekommen bei Berührung schon. Das ist ja krass, ey. Das ist das... Pokémon hat ja beziehungsweise Echna toll hat ja auch später die Fähigkeit Mumia. Was unsere Fähigkeit, äh, ich sag mal... Total in den Schatten stellt. Das heißt, wir haben keine Fähigkeit mehr und nehmen die Fähigkeit Mumia an. Deswegen die Fähigkeit von Echna toll beziehungsweise Yamask oder wie heißt die... Ich weiß gar nicht, wie hieß die Vorweckung? Yamask oder sowas? Ich glaube, Yamask. Oder irgendwie sowas mit Y irgendwie war das. Y-A irgendwie. Ich weiß ganz genau. Irgendwie so war das. Ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, aber ihr wisst es wahrscheinlich besser. Schreibt es einfach in die Kommentare. Deswegen, damit ich mich wieder daran erinnern kann. Äh, Sine wäre auf hohe. Ne, das interessiert mich jetzt gerade nicht so. Solamask. Aber mich interessiert das Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. So ist Bofos' Motto. Und neun sind wir schon. Krass. Eben neun, ey. Okay. Und weiter. Wie viele Ebenen hat der Riesengletscher eigentlich? Ich schätze so 15 ungefähr. Also nicht ganz so lange. Was zur Hölle? Soll ich es probieren? Ich probiere es mal. Oh, krass. Gestorben, ey. Das hält ja nicht viel aus. Kann man gut in Pfiff haben sicherlich. Ich habe jetzt nicht geguckt. Was ist das denn? Du wurdest in Panik versetzt. Du kannst weder Attacken noch Items einsetzen. Nein! Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, dann bin ich in Panik. Achso. Hat sie schon gelegt. Alles klar. Also das ist so ähnlich wie die Fähigkeit Angsthase. Das war ja damals so, wenn man getroffen wurde. Wird die Fähigkeit Angsthase aktiv. Und Moment, jetzt. Nichts will ich noch mitnehmen. Patsly möchte es ziehen. Haben wir aber schon. Von daher. Nö. Glaub ja nicht. Du bist in der Band. Nö. So, aber vielleicht will der sich anschließen. Das wäre chillig, ey. Ne, leider nicht. Schade. Weiter geht es hier. Riesengletcher. E-11. Hier ist auch nichts. Okay. Sinebeere. No, meins. Meins, meins, meins. Wo geht es dir lang? Äh. Strange? Strange, wo bist du hier weg? Das war, also ich finde das schon ein bisschen krass, dass es immer so eine Verzweigung sind, ey. Und Level Up, sehr schön. Für Veridio wahrscheinlich, ne? Offiziana, 27. Okay, das ist schon sehr hoch. Ähm, ihr habt mir gar nicht in die Comics geschrieben oder ich habe jetzt nur ein paar gelesen, weil ich habe das Video erst vor einer Stunde freigeschaltet. Das heißt, sie haben noch nicht alle das Video gesehen, beziehungsweise haben noch nicht alle kommentiert. Deswegen, also ein paar haben da schon irgendwie geschrieben, äh, dass... Den Part zwar ganz gut fanden, aber... Sie haben ja nicht irgendwie geantwortet, zu bin ich overlevelt oder nicht. Deswegen, das könnt ihr mich hier nochmal beantworten, weil der Part ja kommt ja einen Tag später raus wie der jetzige. Und deswegen, könnt ihr mir das einfach mal in die Kommentare schreiben, bin ich overlevelt oder bin ich nicht overlevelt zur Zeit? Und das ist so eine Sache, die würde mich echt interessieren. Das würde ich vielleicht auch mal ein bisschen trainieren nebenbei oder auch mal Pokémon auslassen hier. Deswegen, das könnt ihr mir gerne mal in die Comics schreiben. Und wer prügelt sich da? Hört auf! Ah, auseinander! Ich habe den Stein, ich darf reden. So war das bei uns im Religionsunterricht. Der den Stein in der Hand hatte, der durfte irgendwie reden über. Keine Ahnung, war total random. Äh, wo gehen wir hin? Jo, nein, 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 da, 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 ne, danke, danke. Und Ultratütox? Ultratütox, du Wildhüte! Geh zum gelben Sack, ey, Bams! So, wo ist die jetzt? Hier vielleicht? Auch nicht. Mann, wo ist hier die verdammte Treppe? Ohne ich denn im Fahrstuhl, es geht auch. PMD-Fahrstühle, das wäre auch mal chillig, oder? Weil es, man spielt PMD auf einmal, keine Treppe da, sondern im Fahrstuhl. Ich denke, ich bin echt irgendwie geil vor, ey. Hier ist aber nichts. Ach so, da hinten, ah, toll. Na, super, da habe ich einmal hier nochmal ganz den Weg latsche. Launching, Launching, Launching. Da oben muss ich, ne? Da oben muss ich, ne? Ja, nach rechts jetzt. Alles klar. Und da war sie auch. Ohne Larmfalle. Och, ich bin so lame. Und weiter geht's. E12. Ich glaube, E15 oder sowas endet das hier ungefähr. Deswegen, das ist, glaube ich, ne gute Länge. Schützer. Moment, apropos Kappe. Ich kann nochmal unseren, äh, unser Kraftband ausrüsten hier. Das haben wir nämlich nicht. Zero, zack. Und da haben wir auch schon ein Kraftband. Und noch ein Kraftband gibt's jetzt für, für Rineo, weil die mit Doppelkick eigentlich sehr guten Schaden macht. Und da kann das ruhig ein bisschen geboostet werden, meiner Ansicht nach. Spezielle Attacken werden, glaube ich, damit nicht geboostet. Von daher, alles nur physisch. Und deswegen werden wir auch nur physisch hier vorangehen. Boah, ich hasse diesen scheiß Hagelsturm, ne? Hat er damals auch schon die KP also nicht mehr weiter sinken lassen? Das weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Also, ob das damals auch so war oder ob das nur hier jetzt so ist. Aber der Doppelkopf sieht schön aus. Ein bisschen Schnee da und sowas. Überall eingestellt. Die Bäume sogar ohne Laub da. Sehr schön. Das ist, das gefällt mir alles sehr schön. Aber hier, komm schon, bitte. Hier muss, na, Mann! Wo ist die Treppe? Ja, oder ich nehm' ja auch den Aufzug. Ja, hier ist nichts mehr. Schade. Muss ja hier unten sein. Ich muss auch mal der KP aufpassen, sonst bin ich dann irgendwie tot. Das wäre nicht so schön. Was, du kleiner Bär? Und Taubsaab. Nice. Der will ich gerne mit. Hier ist auch nichts. Ach, da oben doch wieder. Ich vergesse das immer. Das sieht man so schlecht immer. Da, wo weiß ist, ist immer noch ein Eingang, beziehungsweise ein Eingang zu einer neuen Ebene. Aber das sehe ich immer so ganz schlecht, ey. Weil das sieht immer in so weißen Gebieten, da fällt das ganz schlecht auf. Mein Ansicht nach. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt hier seht, aber beziehungsweise ob ich... Chill, dein Leben, Mofo! Aber Makabaya, so hieß das Ding. Stimmt, nicht, ja was. Makabaya, stimmt. Jetzt brauchst du jetzt mal ordentlich mal in die Kommentare schreiben. Haben bestimmt schon ein paar Leute gemacht, aber danke nochmal dafür. Makabaya. Ja, ich hab dieses Makabaya so im Kopf gehabt. Deswegen. Riesenletcher E-Dreizel. Und ein Pan-Steam macht Eis-Sturm. No, sir. Hör auf! Verdammt, ich hab kein Ding mehr. Ich muss ein Top-NX-Zir gleich nehmen. Dammit! Ja, können wir jetzt nehmen. Wir müssen uns eh aufheilen, von daher. Top-NX-Zir. Wir auf Zero. Und eine Sinebeere. Zack, und wieder voll. Alles wieder tutti. Aber ich glaube, ich mach noch bis eben 15 Leute. Dann werde ich den Pan erstmal beenden. Ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch, aber... Wie gesagt, das mit der Nase geht es gar nicht. Ich hoffe, dass es morgen besser ist. Dass wir morgen vielleicht ein bisschen mehr machen können. Deswegen. Aber sonst geht es eigentlich nicht. Und wer haut da schon wieder ab? Wir reden hier oben, komm her! Mann, hab ich nicht überlaupt, dass du abbauen darfst? Nein, hab ich nicht. Mann. Du, das Viech. Du, das Viech, du! Oh, Riesengletcher E4. Da oben sind ein paar Pokes. Die wollen sich noch platt machen. Linfu und Soda Mak. Soda Mak kriegt jetzt ein Doppel-Lieb. Und gleich ist er aufbundet unser Doppel-Lieb. Das ist sehr schön. Wo kommen die alle her? Jetzt müsste er aufbundet sein, ne? Ne, noch eine Stufe. Noch eine. Sehe ich gar nicht so schlecht. Jetzt? Ne, überhaupt noch nicht. Hallo? Warum nicht? Hallo? Wollte ich mich verarschen? E15 ist tatsächlich Ende. Riesengletcher mit Bravour gemeistert. Sehr schön. Und meine Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Poker Mystery Digital Team. Nichts. Portal in die Unendlichkeit. Ich fach's immer falsch. Auf jeden Fall, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.